Hallo und herzlich willkommen meine Ladies und Gentlemen zu einem neuen Video hier auf meinem Zweitkanal Schimmer Media Raw. Heute soll es wieder um das Thema Earth 2.io gehen und zwar Steuern verdienen. Wie kann man mit seinen Ländereien Steuern verdienen und natürlich zu Beginn des Videos, damit wir es wieder nicht vergessen... Hey Leute, vergesst nicht ein Like da zu lassen und natürlich auch Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit in Zukunft kein Video mehr hier auf diesem Kanal verpasst. Das Ganze gilt natürlich sowohl für meinen Zweitkanal Schimmer Media Raw als auch für meinen Hauptkanal Schimmer Media HD. Falls ihr auf Technik-Videos, Reviews etc. pp. steht, schaut da gerne auch mal vorbei. Und ja, wir gehen jetzt auch direkt rein in die Olga. Earth 2.io, ihr kennt es. Und zwar, es gibt hier und da natürlich die Frage, oder wurde auch schon gesagt, dass man ja Steuern auch verdienen kann. Also, dass man landbasierte Steuererträge sozusagen hat, wo man auch nochmal hier oben, ja, wenn man jetzt eingeloggt ist, beziehungsweise ich bin ja hier eigentlich schon eingeloggt, aber wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz hier oben auf About, damit ich euch jetzt auch erstmal zeigen kann, was ich meine. Wir suchen ganz kurz mal nach Tax und hier Calculated Income Tax Earned by Property Based on Land Class Per Country. Also, im Grunde genommen kommt, es kommt dann auf die Klasse an, welche, welche, es gibt ja eins bis vier. Und dementsprechend bekommen wir hier gewisse Tags, die extra, ja, berechnet werden durch was auch immer. Und da können wir im Grunde genommen reinschauen, wenn wir uns dann jetzt hier mal einloggen, beziehungsweise ich bin eigentlich schon eingeloggt, aber ich habe jetzt hier trotzdem einfach nochmal draufgeklickt. Hier haben wir im Übrigen mein Profil, auch zu Beginn des Videos. Ihr könnt natürlich euch auch mit dem Video auseinandersetzen und dann etwas zu dem Video als Kommentar unten reinschreiben und dann gerne, wenn ihr auch bei Earth2.io am Start seid, euren Code mit dann dazu packen. Wenn ich an dem Kommentar quasi erkennen kann, dass ihr das Video gesehen habt und nicht einfach nur Code-Spamming betreibt, weil diese Kommentare werde ich diese Codes definitiv nicht benutzen. Und wenn da irgendeiner schreibt, 5 plus 5 oder 10% Code oder sowas, die werden sowieso komplett rausgelöscht, weil das einfach ein Scam ist. Es gibt nur 5% Raffle-Codes. Und ja, wenn ihr quasi diesen Code benutzt, das ist ein 5% Cashback-Code von mir, werde ich euch auch unten in die Videobeschreibung packen und auch in den angepinnten Kommentar. Wenn ihr meinen Code verwendet, dann bekommt ihr 5% von dem Geld, was ihr bezahlt, also was ihr ausgebt, bekommt ihr jedes Mal wieder und dementsprechend, wenn ihr dann euren Raffle-Code, den findet ihr hier oben unter Settings und dann hier unten steht dann euer Raffle-Code. Den könnt ihr dann einfach bei eurem Kommentar mit dann dabei schreiben und dann, ja, werde ich, auch wenn ihr mir zum Beispiel Properties vorschlagt oder so zum Kaufen, werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Dann, wenn ihr eingeloggt seid, könnt ihr einfach hier auf euer Profil und dann hier oben auf Transactions. Seht ihr jetzt nicht, weil es genau hinter meiner Cam ist, aber der 1, 2, 3, 4. Punkt ist hier Transactions auf eurem Profil und dann kommt ihr hier hin, wo ich jetzt auch gerade schon drauf bin, weil ihr habt ja hier oben immer zwei verschiedene Geldbeträge. Das rechts hier ist quasi das Orangene, das ist quasi das Geld, was eure Properties, eure Tiles aktuell wert sind, die Markt-Value bzw. generell die Teil-Value und das ist das Geld, was ihr aktuell zur Verfügung habt, um weitere Teils zu kaufen oder vielleicht hier auch auf dem Marktplace mit anderen Leuten dann zu handeln. Und wenn wir dann quasi auf dieses Transactions gehen, dann können wir nämlich hier verschiedene Sachen sehen. Zum einen Income Referral Code, also sprich, wenn jemand von euch dann mein Code hier verwendet hat, dann kriege ich hier Income Referral Code, hat sich hier zum Beispiel irgendeiner hier Land gekauft. Wasser, Jamaika, nee, das bin ich doch selbst, oder? Und bei mir? Okay, auf jeden Fall, wenn, ach so, ach klar, weil ich meine, ja, okay, gut, weil ich quasi von jemand anderem den Code verwendet habe und dann steht natürlich auch bei mir, weil beide bekommen diese 5% eben mit dabei, also wenn ihr quasi einen 5% Code verwendet, bekommt nicht nur ihr selber 5% Cashback, sondern der andere bekommt auch 5% Cashback auf euren Kaufersatz. Der bekommt genauso viel Cashback, wie ihr bekommen habt, als Bonus sozusagen. Deswegen bringt es immer was für beide. Und dann habt ihr aber auch noch neben diesen Sachen, habt ihr aber auch noch, jetzt müssen wir wieder zurückgehen, ich gehe jetzt einfach mal ein paar Tage, klicke ich jetzt hier wieder zurück. Hier kann man zum Beispiel auch schon sehen, Income Land Class. Hier habe ich zum Beispiel am 16.01.2021 hier 1 Cent bekommen. Hier nochmal 1 Cent, hier nochmal 1 Cent, nochmal 1 Cent. Das ist fast, also ich habe bis jetzt immer nur gesehen, dass es 1 Cent ist, aber das sind quasi diese Steuern, also so wie ich das verstanden habe, sind das diese Steuern, die man da eben bekommen kann, von den Ländereien, die man da im Grunde genommen besitzt. Hier, wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, 75 Teils, das ist eine Eisenmine. Und ja, da habe ich im Grunde genommen Land Class 2 und da habe ich jetzt 1 Cent bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt täglich ist. Wir können aber mal ganz kurz reinschauen. Income Land Class ist hier am 16.01. Ja gut, gucken wir mal am 15.01. ob wir da auch Income Land Class haben. Raffle Code, Raffle Code. Hier haben wir wieder 15, der erste Land Class. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar wirklich täglich ist. Auch guck mal, hier ist sogar Income Land Class 2 Dollar habe ich sogar hier bekommen. Aber das ist das Grundstück auf Jamaika, da habe ich 40 Teils. Da habe ich sogar 2 Cent für bekommen. Und hier habe ich sogar einmal 3 Cent bekommen. Okay, krass. Das scheint auch manchmal zu variieren, glaube ich so. Weil ich meine, dieses Grundstück hier, da habe ich an einem anderen Tag auch nur 1 Cent. Auf jeden Fall, das sind einfach hier, seht ihr oben, auch 2 Cent. Das scheint irgendwie mal zu variieren. Wovon das genau abhängt, kann ich euch nicht sagen. Aber ich kann euch hier auf jeden Fall zeigen, man bekommt auch quasi, ja, Steuern sozusagen. Wie genau das berechnet wird und, und, und. Da kriegen wir vielleicht irgendwann mal ein bisschen näheren Durchblick von dem Team von Earth2IO erläutert. Aber hier könnt ihr das Ganze auf jeden Fall sehen. Also, das heißt, wundert euch nicht, wenn hier oben, dann, wenn ihr Ländereien besitzt, dann einfach plötzlich ein bisschen mehr steht. Obwohl ihr vielleicht noch niemandem euren Raffle Code gesagt habt. Übrigens, noch einen guten Tipp vielleicht. Schreibt euren Raffle Code immer oben in den Namen mit rein. Also, geht einfach hier auf Settings und dann könnt ihr, wo haben wir es, hier genau, Username, klickt ihr einfach hier auf den Stift, bearbeitet das Ganze und schreibt dann in Klammern 5% Code, was weiß ich, oder überlegt euch da irgendwas, was ihr da reinschreibt und packt da auf jeden Fall euren Code mit rein. Würde ich euch auf jeden Fall so raten. Übrigens kommt mir jetzt nicht von wegen hier Handynummer geleakt oder so. Ich bin YouTuber von Beruf und ich habe auch mehrere Webseiten und in Deutschland gilt die Impressumspflicht. Auf meinen Webseiten ist überall die Impressum, das Impressum vollkommen ausgefüllt. Das hier ist einfach nur eine Geschäftsnummer. Dementsprechend, ja, da ist alles im grünen Bereich. Also, da ist nichts geleakt. Privat ist alles safe. Wollte ich, wie gesagt, hier an dieser Stelle nochmal sagen. Ich werde euch auf jeden Fall mein Profil zu Earth2IO auch gerne mal unten in die Videobeschreibung packen und auch im angepinnten Kommentar. Dann könnt ihr einfach mal gucken, was ich jetzt hier so habe. Ich habe auch noch ein paar andere Videos hier auf meinem YouTube-Kanal zum Thema Earth2IO. Schaut euch da gerne auf jeden Fall mal um. Und, ähm, ja, ich trinke jetzt hier noch das letzte Schlückchen von meinem Butterbier. Das ist das Bierchen von Harry Potter. Ohne Alkohol, versteht sich. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat auch dieses Video hier wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Schaut, wie gesagt, auch gerne mal auf meinem Kanal noch vorbei. Ich habe da noch ein paar andere Videos hier auf meinem Zweitkanal. Aber, wie gesagt, auch auf meinem Hauptkanal zum Thema Media HD. 3D-Drucker-Reviews, Smartphone-Reviews, äh, ganz viel zum Thema Smart Home, ähm, Elektromobilität. Dann hier auch Photovoltaik, wie ich mein Haus umgebaut habe. Also, ich habe da sehr, sehr, sehr viele Projekte schon umgesetzt. Ähm, ich mache das jetzt seit drei Jahren, ähm, und habe da sehr, sehr, sehr viel Spaß dran. Ähm, wenn ihr mich da auch verfolgen wollt, wie gesagt, lasst auf beiden Kanälen gerne mal ein Abo da. Ähm, schreibt ein bisschen was Nettes in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr, ähm, euch mit dem Video hier auseinandergesetzt habt und ich auch merke anhand dem, was ihr schreibt, äh, packt euren Earth2IO-Code, euren Raffle-Code gerne mit dazu. Oder auch, wenn ihr mir Properties vorschlägt, hier, pass mal auf, das wäre doch vielleicht ein interessantes Investment. Oder guckt auch mal da oder so. Ähm, dann, äh, schreibt mir bitte dann auch euren Raffle-Code mit dazu, weil dann werde ich auf jeden Fall, wenn mir das dann gefällt oder so, und ich mich dann einkaufen werde, dann werde ich das mit eurem Raffle-Code machen. Im Umkehrschluss würde ich mich auch genauso freuen, wenn ihr dann meinen Code verwendet. In diesem Sinne, ähm, ja, wie gesagt, Däumchen nach oben kommentieren. Und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren, nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und ermöglicht ihr mir weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.